Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich denke, das Video ist langersehend von euch, jedenfalls die, die wir mitgemacht haben beim Gewinnspiel von meinem 200 Abonnenten Special. Es ging nämlich um 5 Millionen Coins im PaceyBits und ich muss im Vordergrund oder vorhinein schon sagen, dass ich das alles schon mal aufgenommen und geschnitten habe und dann gemerkt habe, dass der Gewinner Apple, also iOS hat und ich habe ja Huawei, also Android. Und das war es dann komplett, weil ich ihm das ja dann nicht geben kann und das muss ich jetzt alles nochmal machen und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt einen Android-Typ erwische und dass ich ihm dann die 5 Millionen Coins geben kann. Dann lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like da, bevor ich hier auf Start drücke. Ich warte auch nochmal kurz 3 Sekunden, warte 1, 2, 3, 4 warten wir auch noch, falls die etwas langsam unter euch auch noch ein Like geben wollen und ein Abo. Und ich würde sagen, wir starten in 3, 2, 1 und er startet, ne? Ah, get YouTube-Comments erst, ah, nice. War natürlich ein Prank, Leute. Wir starten nämlich in 3, 2, 1, go! Und es wird Doppelchanjek vor Ike am Start. Du bist Messi. Nice! Den werden wir direkt anschreiben und ich hoffe, er hat iOS. Wo haben wir ihn? Hier! Du bist Messi. Habe ich sogar ein Herz gegeben. Äh, Glückwunsch. Na, zum Geburtstag wahrscheinlich. Du hast gewonnen. Hast du Android? Ja, jetzt kommt es gleich hier vorgeschlagen, weil ich das dem letzten Gewinner auch schon geschrieben habe. Und Gratulation auf jeden Fall an den Spieler hier, der 5 Millionen Coins jetzt von mir kriegt, wenn er mir antwortet. Und ich hoffe, er ist ein Android-Typ, damit ich das Video schneiden kann. Ja, ich denke, das war es mit dem Video. Wir haben die Verlosung beendet und ja, ich denke, auf dem Kanal werden noch häufige Verlosungen kommen. Ähm, vielleicht wieder bei den 300 Abonnenten mal schauen. Und ja, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lasst mir ein Abo und ein Like da. Jo, ciao!